Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge XCOM UFO Defense. So, wir haben hier mal wieder eine Mission. Und ich mache hier gleich mal die Rauchgranate scharf und werfe sie... Ich kann da nicht hinwerfen. Was ist dein Problem? Okay, dann schmeißt du halt so auf die Rampe. Ist auch in Ordnung. Geh mal hier hin. Stimmt, das ist eins dieser ganz, ganz großen UFOs. Ich erinnere mich. Das ist jetzt auch wieder ein paar Tage her. So. Die Leuchtkörper werfen. Okay, da hinten schaut es relativ sauber aus. Wir sind am unteren linken Rand. Das ist vielleicht auch gar nicht mal so verkehrt. Natürlich wollen wir die Zeitreserve auch noch haben. Ein Stück nach vorne. Für die Hocke reicht es natürlich nicht. So. Dann möchte ich mal, dass Nathan... ...hier rüber wirft. Kannst du noch mal in die Hocke gehen? Nein, kannst du natürlich auch nicht. So. Na, hatten wir... Doch, so ein UFO hatten wir definitiv auch schon mal. Und das war, glaube ich, sogar auch eine Nachtmission. Wenn mich nicht alles täuscht. Deswegen... ...bin ich schon mal gespannt, was uns jetzt hier so erwarten wird. Mit was vergegnen wir es hier zu tun haben? Bisher haben wir ja noch niemanden gesehen. Aber ich vermute mal, das wird sich noch bald ändern. Weil das Ding ist ja gelandet. So. Einfach mal ein paar E-Leuchtkörper rumschmeißen. Dass wir auch schön was sehen. Aber das schaut auch im Großen und Ganzen von der Verteilung her ganz gut aus. Sollte vielleicht noch jemanden... ...mit auf die linke Seite schicken. ...um sich die Häuser hier ein bisschen genauer anzugucken. So. Ähm... Ja, das war nicht ganz so geplant. Aber dann darf die Helga auch gerne mal weiter nach vorne. Denn eigentlich wollte ich Rudi auswählen. Steigst du jetzt hier auch noch mal aus. Schau es in die Richtung und den Rest von euch. Den schicken wir einfach mal auf der Rampe ein bisschen weiter nach vorne. Und dann einmal im SkyRanger aufrücken. Ich freue mich schon, wenn ich unsere Ufos, unsere Transport-Ufos habe. Weil da kannst du halt echt deutlich schöner aussteigen. Aber okay. Aber ich habe mich mal wieder kurz erschreckt wegen der Rauchgranate. Jetzt haben wir ja erstmal versteckte Bewegungen. Wie sich es anhört, wird im Ufo auf- und abgegangen. Und immer noch keinen Kontakt. Aber das ist okay. Es ist... ...alles noch im Rahmen. Natascha rückt mal ein bisschen auf. Check auch. Da habe ich wieder vergessen, auf den Autoschuss zu gehen. Weil da bleiben dann doch noch ein paar Aktionspunkte übrig. Mit denen man dann noch in die Hockey gehen kann. Aber... Ich denke, wir sind trotzdem gar nicht so schlecht bedient. Du hast ein Lasergewehr. Machen wir bitte einen Schnellschuss. So hatte ich mir das nicht vorgestellt. Aber okay. Okay. Mr. Xavier. Ich fahre jetzt mal ein bisschen Munition. Keine Visierlinie. Haben wir da reingeglotzt. Hier ist nichts. Das ist gut. Okay. Hast du noch einen Leuchtkörper? Ja. Ja. Das ist sehr gut. Dann darfst du mal bitte... Das hier hin weiterlaufen. Und den Leuchtkörper hier mal in die Pampa werfen. Und die restlichen Schritte auch noch nach vorne. Die Hockey gehen darfst du von mir aus auch noch. Weil einen Reflexschuss hättest du sowieso nicht mehr machen können. So, Helga. Siehst du hier hinten wahrscheinlich auch nichts weiter. Mit dem Rest rücke ich weiter in Richtung Ufo vor, denn ich möchte hier doch gerne ein paar Leute zur Verfügung haben, weil sich das ja immer schön in vier Wege aufteilt. Haben wir ja auch schon gelernt. Und ich bin echt mal gespannt, wann wir das erste Alien hier zu Gesicht bekommen. Ist auch nur noch eine Frage der Zeit. Sind auf jeden Fall gut am Ausschwärmen. Kannst du schon mal deinen Leuchtkörper in die Hand nehmen. Und Crystal... Hafner darf auch noch mit nach vorne. So, Aliens sind wieder dran. Wo habt ihr euch denn versteckt? Okay, wir haben einen Floater. Die guten alten Treiber. Gut, dann kämpfen wir uns noch mal weiter nach vorne. Nehmen wir hier mal eine Rauchgranate. Granate scharf machen. Granate werfen. Dass wir hier für den Fall, dass irgendwelche Aliens rauskommen wollen. Du siehst einen Gegner. Du kannst aber wahrscheinlich nicht auf den schießen, so wie ich das... Ja, spar dir deine Munition. Ich weiß eigentlich nicht, warum ich ein zweites Mal schon geschossen habe. Weil das war eigentlich der absolute Schwachsinn. Denn... Es hatte mich eh schon... Es hatte mich einfach nur gewundert. Ja, du hast keine Zeiteinheiten mehr. Das ist egal. Ich möchte trotzdem, dass du in den Bereich von der Rauchgranate mit reingehst. Ach. Warum habe ich da geschossen? Ja, weil es mich interessiert hat, ob er wirklich schießt. Aber wer hätte den Ahm können, dass er es wirklich tut? Dementsprechend war es eigentlich auch schon wieder halbwegs klar, dass ich ein zweites Mal versuche abzufeuern. Okay, dann dürftet ihr halbwegs im Bereich der Rauchgranate stehen. Das ist, denke ich mal, ganz gut so. Und wenn wir hier Floater haben, also die Treiber, dann ist die Wahrscheinlichkeit eigentlich auch recht groß, dass wir diese Schnitter, oder wie sie heißen, auch mit unterwegs haben. Weil die hängen ja gerne zusammen rum. Und ich sollte mir wirklich noch ein bisschen angewöhnen, meine Zeiteinheitenreserve aufzunehmen. Heben. Okay. Geradezu noch in Sichtreichweite hingeworfen. Okay, dann können wir hier mal weiter die Häuser sichern. Na, da haben wir schon mal nichts. Und Christel, du darfst mit in Richtung Ufo gehen. So, wir haben wieder versteckte Bewegungen. Kommt der Treiber da wieder raus, oder hat er weiter Schiss? Es werden auf jeden Fall Türen betätigt. Es werden auf jeden Fall Türen betätigt. Man mag nicht rauskommen. Du siehst zwei. Beide natürlich im oberen Stockwerk. Jetzt ist halt die Frage, kannst du auf die schießen? Einen hast du auf jeden Fall erschossen. Das ist sehr gut. Das gefällt mir. Der zweite. Den siehst du auf jeden Fall auch. Das heißt, ich schicke Natascha mal hier rein. Wie viele Leute haben wir hier? Zwei, vier, sechs, sieben, acht. Das ist ungünstig. Wenn du nach oben gehst, Natascha, wirst du direkt erschossen. Das hätte man sich eigentlich fast denken können. Aber scheinbar bin ich gerade eben nicht so gut im Denken. Aber ich muss auch gestehen, es ist sechs Uhr früh. Und ich komme gerade von der Arbeit. Und habe mir gedacht, ja, heute ist eigentlich wieder Zeit für eine Folge. Nimmst du halt einfach mal eine auf. Ich gehe in den Zeiteinheiten. Ja, es ist egal. Siehste, ich habe von wegen nicht genügend Zeiteinheiten. So. Kannst du bis hier hinlaufen. Generell nicht genügend Zeiteinheiten. Wir blockieren hier jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen die die Möglichkeiten, dass sie hier runterkommen. Ich bin ja mal gespannt, was das wird. Nicht genügend Zeiteinheiten von wegen. So, dann sehen wir auf jeden Fall schon mal. Rudi darf auf Umwegen hier hin. Und Oskar kommt direkt hinterher. So, wir beiden hübschen. Es geht weiter nach vorne. Hinten scheint dann die Map auch schon wieder zu Ende zu sein. Christel. Wie weit schaffst du es noch? Noch nicht mehr allzu weit. So, nee, von alter Schafschütze. Kannst du schon mal den Leuchtkörper in die Hand nehmen. Und Herr Xavier genauso. So. Vermilien. Einmal geradeaus durch. Für einen Schnellschuss bitte. Ja, und dann sind die Aliens wieder am Zug. Schauen wir mal, ob sie uns da in der Mitte irgendwie versuchen, eins reinzuwirken. Schade, dass Natascha draufgegangen ist. Die war ja auch schon eine ganze Weile dabei. Okay, aber sie wollten nichts tun. Und ich würde jetzt halt mal sagen, ich mache diese Folge ein kleines bisschen kürzer. Wir sind jetzt auf knapp 20 Minuten. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Und sag einfach bis dahin und ciao.